So Leute, was geht da per Programm zu diesem kleinen Video und heute, ja es ist auf jeden Fall ziemlich geil, denn wir sind fucking 1000 Abonnenten, es ist krass auf jeden Fall und ich habe euch ja gesagt, es kommt ein fettes Special, in dem Fall wird es auch sein, es dauert noch ein bisschen Produktion, weil es ist im Moment sehr windig draußen und ich will mir halt was mit dem Quadrokopter aufnehmen, aber Leute, mein Shop ist jetzt offen. Der Link steht schon unten in der Beschreibung, ihr könnt ab jetzt Sachen bestellen, ihr seht jetzt hier einmal kurz eine Übersicht von allen Pullis, ich habe es nicht zu teuer gemacht, ich habe halt extra geguckt, wie sind so andere Shops aufgebaut und ich habe es halt immer ein bisschen günstiger gemacht als bei denen oder versucht halt es günstiger zu machen als bei denen und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hier könnt ihr es einmal sehen, das ist das Motiv, das ist fast überall, nur auf der Mütze nicht. Auf dem Handy muss ich sagen, ist es noch ein bisschen verbuggt, die Seite, da kann man nämlich so zur Seite switchen dann noch so andere Sachen holen. Also man kann es sich da auch bestellen, aber auf dem PC ist es halt ein bisschen schöner aufgebaut, muss ich sagen. Wenn ihr euch was kaufen würdet, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und jeder, den ich dann mit auf der Gamescom treffe, werdet ihr da wahrscheinlich noch so ein Armbändchen noch so bekommen und was ich dann auch noch in Zukunft bestellen werde. Und wenn ihr ein Foto damit macht und mir das auf die unten geschriebene E-Mail sendet, dann werdet ihr ins nächste Video reinkommen. Also Leute, wenn ihr Bock habt, das zu bestellen, wenn ihr die Designs schön findet, dann holt es euch einfach, wenn ihr Bock habt. Das ist natürlich kein Zwang, wir sehen uns im Special wieder, beziehungsweise morgen bei 4P vs. You. Ich bedanke mich einfach nochmal für die 1000 Subs, haut rein und ciao. Das ist natürlich kein Zwang, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.